Was das neue Flaggschiff von Samsung wirklich getroffen hat und was das hier in der Schachtel drin ist, jetzt in diesem Video. Letzte Woche ist das neue Samsung Galaxy S10 rausgekommen, respektive die ganze Reihe. Wir schauen uns heute das Flaggschiff an, nämlich das S10 Plus. Und das kommt uns dann auch entgegen, wenn wir die Schachtel aufmachen. Ein riesiges Gerät, 6,4 Zoll AMOLED Display. Dann haben wir den Stecker mit USB zum Aufladen. Wir haben einen Adapter für USB-C auf USB-Sticks oder Kartenlesegeräte. Dann ein USB-C Ladekabel. Und die Kopfhörer von AKG mit 3,5mm Klinkenstecker. Nachdem wir das Gerät auspackt, fällt einem beim S10 Plus die Reihe mit diesen 3 Kameras auf. Einerseits ist es eine 12 Megapixel Telekamera, eine 12 Megapixel-Weitwinkelkamera und eine 16 Megapixel-Ultra-Weitwinkelkamera. Wenn du hier vorne auf den Auslöser drückst, werden alle die 3 Fotos kombiniert und der Prozessor stellt dir das bestmögliche Bild dar. Vorne haben wir eine Hole-Punch-Kamera. Die sieht man nur, wenn das Display angeht. Hier haben wir auch noch zwei Kameras drin, nämlich eine 10 Megapixel-Selfie-Kamera und eine 8 Megapixel-Tiefe-Schärfe oder respektive-Tiefe-Unschärfe-Kamera. Mit diesen kannst du wunderschöne Selfies machen mit schön verschwommenem Hintergrund, die aussehen wie ein richtig professionelles Portrait. Ein Feature vom S10 Plus, das noch nicht so weit verbreitet ist, ist der Ultraschallsensor für meinen Fingerabdruck, der unter dem Display verbaut ist. Das heisst, ich lege meinen Finger aufs Display und es wird entsperrt. So entfällt jeglicher Knopf, den man früher von hinten auf dem Gerät oder auf der Seite auf der Taste oder unten auf einem Homebutton oder wo immer. Das gibt es nicht mehr. Alternativ kann man es auch mit der Gesichtserkennung entsperren. Ein weiteres sehr schönes Feature vom S10 Plus ist die sogenannte Wireless PowerShear. Das kann man aktivieren und dann ein anderes Gerät so Rücken an Rücken dranheben und das S10 Plus ladet das andere Gerät auf. Sprich, irgendwelche Smartwatches oder andere Smartphones, die den Wireless-Charging-Standard unterstützen, können mit diesem Gerät aufgeladen werden. Die Samsung Galaxy S10 Plus bringt ganz viele interessante Features, die hoffentlich die Industrie wieder einmal aufrütteln werden und auch in anderen Geräten zum Standard werden. Die Samsung Galaxy S10 Plus, S10 und S10e gibt es ab sofort in jedem Mediamarkt und bei uns im Online-Show. The Samsung Galaxy S10 Plus Untertitelung des ZDF für funk, 2017